Das war kein One-Shot! Auch kein One-Shot! Happy Man! Das war cool! Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und willkommen zu etwas mal wieder Außergewöhnlichem was mir gerade so in den Sinn kam Und zwar über zocken, 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 jetzt sehen wir uns noch in meinem Google-Browser wieder Ja, so schön einfach Google da steht Ups, dann kriege ich meine Kaffeekarnecke, kommt in meinen Arm Wollte ich jetzt nicht, einmal kurz auf meinen Kaffee hinlegen Mmmh Kaffee ist ein bisschen kalt, na egal Ähm, das habe ich gerade immer aufgenommen, weil Das habe ich ja vorhin hier alles eingegeben, sieht man eigentlich alles? Ich habe noch nie auf entfernen gedrückt Ups Das habe ich nämlich für ein Thumbnail genutzt Äh, das könnt... Das habt ihr so unten gesehen, ne? Geil Das sehen wir erst ein andermal, ja? Das ist ein Background für eine Markenfolge Ja, aber darum geht es nicht Es geht nämlich um... Ach, äh, hier... Lass wir Majoruki eingehen Mal gucken, was kommt Wir gehen mal was unter Bilder, ja? Bilder ist funny Was haben wir hier unter Bilder? Eine Frau Wer bist du? Das ist definitiv ein Hieruki Oder? Hieruki Matoi Was ist wenn ich, äh... Ja, ich kann gerade... Na, gerade eine Hand... Andere hat gerade das Artur, deswegen muss ich hier... Hier so drücken Wenn ich das... Mal gucken, was da ankommt Oh! Mhm, 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 mhm... Interessant, ich sehe hier Verbindungen Okay, gucken wir mal weiter, was wir haben Hieruki ist eine Katze? Okay Das ist ein Hieruki, alles klar, Leute Das ist der Bescheid Äh... 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 Was haben wir denn noch hier alles? Ein Museum? Okay, eine Bar Das sind die Stühle, die ich meine Oder was ist das? Guckt euch das an, was ist das? Ich kann... Ich kann... Auf jeden Fall das ist ein Hieruki, aber ich weiß nicht Was das da ist Also das ist eine Art Stuhl? Oder... Eine Art Tisch? Gar keine Ahnung Werden wir hier rausfinden, vielleicht Guck mal, das ist mein hier... Äh... Äh... Avatar-Bild und die Special-Feuer, ja? Guck mal, hier kommen wir endlich mal Hieruki Auto-Markt Alles klar Ein Dealer Auf... Äh... Hier Motor-Vehikel Interessant, was bist du? Das Bild kapiere ich jetzt nicht so Oh, was haben wir denn hier? Noch ein Hieruki Hier sonst nix Hieruki, ne? Ne Oh, guck mal, mich gibt's sogar auf'n Brief Äh... Ein Club Hieruki, was haben wir denn hier? Steht hier irgendwo Hieruki drauf? Ne Ich find den kleinen so witzig, weißt du, der sieht so am ältesten aus Das ist aber der kleinste von allen Egal, ich denke mal, das sind genug Bilder Da kommt hier noch irgendetwas Ich schaue noch mal mit dem Ruki Hm... Eine Seite geht noch weiter Habt ihr sehen hier schon wieder so eine Aue-Folge von mir? Alles klar Da, 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 da! Guck mal was war noch zu finden Alles Was haben wir denn hier? Hieruki History Bedeutung ist Dreieck Sind wir noch nie? Keine Ahnung Triangelo alles klar und man kann gegen wort mit die u machen dann kommt quadrat alles klar bill am boot zirkung kreis mh es gibt anscheinend krasse wörter mit juli es gibt nicht im plural flexion hier okay hier ist doch ein dreieck hier sind drei das merken wir uns so okay das ist mein studio leute deswegen dieses museum vorhin das war ein bild davon ist ein studio oder irgendwie sowas in der art ich bin ein studio kontakto ist studio alles klar immer mal zurück noch weiter nein nicht vor zurück okay okay wikipedia brauchen wir nicht ist doch ein stuhl aber wer möchte sich denn da draufsetzen ich meine wenn man sich darauf drückt aber man will sich zurücklehnen dann bricht man sich doch was händler finden finden wir einen händler warte mal ne deutschland ist nicht dabei schade familie hier okay ist klar die sommer sind stuhl hersteller was so welche stühle sind sehr unbequem aus der mauf videos was finden wir da natürlich nur mein shit viel so vor ist und dann kommt es mein künft die stadt drauf drücker vorhin immer probleme belassen wir das mal was ich mal interessieren würde ist die jetzt mal auf youtube hier okay genau zuerst komme ich wollte sie will ja wieder ändern auf jeden fall dann kommt ein anderer hier okay das ganze im neuen fenster öffnen alles klar musik darf ich nicht öffnen kawaii roki alles klar noch ein hier okay wie gibt's denn offiziell hier okay das noch ein hier okay hier okay das ist mein eigener schwein hier okay schon alles klar hier regt hier okay kuschi what the fuck so viele rookies hat der jubel mald auch hier okay june keine ahnung h rini juki juki irgendwas noch ein hier okay what the fuck ne nicht neues fenster bitte nicht ich möchte gerne noch mehr finden bitte das scheint aber dass ich ein ziemlich bekannter name bin im großen und ganzen egal kurs mal diesen channel an der macht anscheinend musik minecraft banner macht er alles klar macht so banner wir können ja mal reinschauen oder ja noch das was mein problem weil sie heute der youtube korn bau 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 Okay, ich hatte noch 1 Das mal kein Minecraft-into ist, dann weiß ich auch nicht, ey, guck nochmal. Ah, Junge, das ist Hiroki, nochmal. Ach ja, wer kennt mich denn nicht? Nehmt mal zurück auf seinen Channel. Hiroki, 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 so viel Hiroki heute. Oh. Also, das wollen wir jetzt auch nicht machen. Gehen wir auf Kawaii Hiroki, was haben wir denn hier? Neiko, natürlich. Mit AVs und so ein Zeug. Da wollte gerade mein CC Cleaner geupdatet werden, das machen wir mal nicht. Ich fragte mich die ganze Zeit über und ich werde es nicht updaten. Einfach aus Trotz. Übersicht hast du nur, mehr bietest du nicht an. Bisschen langweilig, aber ich kann nicht einfach die Videos anschauen, weil ich glaube bei Nightcore auch kannst du das wieder ein bisschen hier... Ja, ihr wisst schon, ne? Genau, irgendwelche Meldungen kommen. Stop, 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 stop mit der Musik. Was haben wir hier? Ion. Irgendwas. Was haben wir das ist? Schauen wir mal ein paar Beine rein. Ich weiß nicht, was der... Ich meine, der Spielerion habe ich von gehört. Schon mal zu sehen. Wenn der Spielerion ist. Was macht er denn? Ist das denn gut, was der macht oder nicht gut? Ich verstehe das nicht. Schöner Banner, Dude. Okay. Also, das ist ein anderer jetzt hier. Weil hier wieder eben wie... Ja da... Hier... Hier... Hier ist schon was mit Sonic, ey. Schau mal hier, das ist mit Sonic, ey. Na ja, das scheint nicht so krass ein. Hier. Warte. Ein offizielles Yeruki wie ich mir gleich an... Ne, wie ich mir jetzt anschauen, aber... Es war ein Channel. Ein Banner? Ach, ein schöner Banner eigentlich. Hmm. Echt schön. ja es sieht von ordnung aus glaubt ja wenn ich das was von mein video schneider dass dann jeder glaubt vielleicht bin ich das hier zieht hier kleiner auf mich abzunerven ich will mir das anschauen junge das war kein one shot auch kein one shot happy man das war cool cool immer mal meinen namen keine scheiße natürlich habe es gerade gesagt das war kammer gut da mal sehen was der macht was macht denn der joki joki chan nicht musik oder ne musik wollen wir nicht hören ein video und so viele abonnenten ok da kann ich jetzt nicht reingehen aber hier das ist nämlich ernst was macht der joki hier ja man ja man da bin ich am zeichnen speedpainting das ist die Ich weiß nicht, was das für eine Mucke ist. Mal gucken, wie das Bild endet. 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 dass man wirklich googelt hier na beste dann danke fürs zuschauen schlüssel 3 ok ich habe ich mal selber gegoogelt wollte ich einfach mal machen habe ich noch nie vorher so richtig gemacht also ich habe ich wusste es ein zwei stände gab die genauso ist noch so viel ist ganz überrascht und sich ein stuhl dann wusste ich auch und so ein dreieck auch aber ansonsten das rest war jetzt gerade irgendwie für mich alles first time dann sei dank ich mich herzlich für zuschauer schlüssel 3 ok und googelt mal euch mal gucken was ihr so findet oder wie welche karte google stories auf jeden fall hammer krasse google stories sehen wir sie jetzt habt ihr sie erst mal gehört gut schau leute ich brauche hier ok adios